hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute auf die jagd nach den dinges und heute steht uns das spiel rise of kingdoms im weg also ich werde mal kurz downloaden und weiter geht's bis gleich und da sind wir wieder so dann schauen wir mal ich weiß nicht ob ich das spiel gespielt habe oder nicht ich glaube nicht also sieht aus wie südler welches land nehmen wir denn ach komm wir bleiben bei deutschland melde dich an von a barren land engulfed in the flames of war our people eventually arrived here a new year full of hope and possibilities we can we 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 hunt we protect each other from great danger here our people stand and the destiny of civilization lies in your hands rise of kingdoms ja gut da bin ich mal gespannt ok ich habe ein kleines dorf das war ich habe das ist mit w Wir müssen die Karten erst einmal auf die Karten zu vermitteln, um die Karten zu vermitteln. Hier zu holen Karten, die Karten zu vermitteln ist, die Bürgerinnen und Bürgerinnen. Die Barbarians sind in der Karten! Herr, wir gehen in die Karten und schauen uns. Diese Karten sieht gut aus. Wir nehmen uns die Karten und die Karten zu vermitteln. Es ist ein Schade, dass wir ihnen nicht helfen können, ohne die Wahrheit zu helfen. Es ist gefährlich hier. Lass uns zurückkommen. Die Barbarien werden irgendwann zurückgekommen. Wir müssen unsere eigenen Truppen trainieren. Gut gemacht. Next, wir müssen die Wallen um die Städte zu verhindern. Jetzt haben wir eine Armee. Aber eine Tavern wird uns ermöglichen Menschen zu retten. Okay. Okay. We can't go back. We must fight to the death. You fools want to stand in our... Select the new target to assist our armor. You just got lucky this time. Wait and see. We'll be back soon. I have to say that you shoot arrow, hit arrow. Governor, you proved yourself to be a distinguished barbaric governor. Please follow the quest to build your city. Warum kann man das nicht zur Seite stellen? Mist. The scout will automatically explore this area. You will be notified if he makes any discoveries. Now let's get back to the city and continue our work there. Governor, hence it is very important to upgrade storage, to increase the resource protection capacity. Okay. Das war jetzt die... Schnelle Einleitung. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier machen können. Ich hab... Hm. Hier steht ja überall das Fall nach oben. Das ist aufwertend. Machen wir erstmal... Ah. Kann ich verschieben. Wie bei Clash of Clans. Hm. Schauen wir erstmal hier. Nein. Was ist denn da? Beansprochen. Okay. Beansprochen. Okay. Was kommt denn noch? Download. Hm. Hm. Okay. Das ist dann alles fertig. Ah. Hm. 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 Geschenke, Geschenke, Geschenke. Also kann ich später auch angegriffen werden, wie bei das eine Spiel. Straße des Königs, ach, brauchen wir nicht. Dann haben wir die ganzen Punkte. Da sind noch 10 Punkte. Beanspruchen, beanspruchen. Da ist noch ein Punkt. Ah, okay, gut. Bauern. Ich hab's geschafft. Und da ist der Bauerhof. Und hier ist Bauernhof. Und da ist es, Hinweistafel. Keine Ankündigung. Jetzt muss ich immer so einmal drücken. Ausbilden. Beanspruchen. Oh, ich bin Level 2, 6, 7, 2, 5. Och. Ist das hier auch ein Deutscher? Kann man da reinschauen? Ah. Nicht schlecht. Ja, Stadttheater bin ich. Gut. Gut zu wissen. So. Machen wir das. VIP. Beanspruchen. Beanspruchen. der kostet geld wie immer so gut ich denke ich werde es gleich noch ein bisschen weiter spielen das video ist dann für heute erstmal schluss bestätigen rühme das ticket das war's für heute viel dank fürs zuschauen ich freue mich wenn man beim nächsten mal wieder mal bis dann viel spaß und aufgesehen